Mein Name ist Hans Willi Weber. Ich habe heute folgenden Tipp für euch. Es gibt ja Pferde, die den Galoppwechsel noch nicht so sicher springen, um sie da noch mehr zu schulen oder um es ihnen auch beizubringen. Je nach Ausbildungsstand versuche ich diesen Galoppwechsel über eine Stange bzw. Planke zu reiten. Wichtig dabei ist, dass ich nicht zu nah an die Planke ran reite, denn desto ausgeprägter die Schwebephase ist, desto leichter wird es dem Pferd fallen, den Galoppwechsel zu vollziehen.